16. Mai 2024. Wir verlassen heute Tongarewa oder Henrim. Und es geht auf zu unserer letzten Segeltour im Südpazifik, ca. 200 Meilen nach Maniheke. Bei herrlichem Wetter. Die Windvorhersage ist 10 bis 15 Knoten. Ich glaube, das wird einer der schönsten Segeltouren, die wir jemals hatten. Dann mit uns alle Menschen zusammenge, die wir, wir fach sind, wir Muttaen. Wir wissen, dass wir die Präsidenten haben, mit uns alle Kollegen. Wir wissen, dass die Lege der Republik auberen uns. Wir wissen, dass wir die Präsidenten haben, mit uns alle Kollegen. Wir wissen, dass wir die Liebe in unseren Bundeskanzlerin haben. Die erste Nacht auf dem Weg nach Maniiki ist vorbei. Wie war das Wetter? Regen, viel Wind, ordentlich Welle und ich dachte schon, das wird der letzte, also der Abschlusstörn, wird jetzt mal gut werden, hat ja noch einen Tag Zeit, wir kommen ja erst morgen an, es kann sich ja leicht noch was zum Guten finden. Dabei ging es gestern so schön an. Jetzt geht aber die Sonne auf. Das schlechte Wetter lässt uns nicht los. Da wird der Schauer wieder voll erwischt. Ringsige Wellenberge. Während der Käpt'n draußen im Regen sitzt und den Wind peitschen lässt, sitzen wir hier drinnen. Trocken, aber durchgeschüttelt. Der letzte Sonnenaufgang unserer Schiffsreise, den ich auf dem Schiff erleben werde, bricht an. Das ist der 18. Mai. Wir haben noch ca. 18 Seemeilen nach Maniiki. Nachdem es gestern um 20 Uhr aufgehört hat zu regnen, war es eine angenehme Nacht. Wir mussten zwar noch ein bisschen betoren, aber wir segeln jetzt schon wieder seit 5 Stunden. Es sieht aber schon wieder ziemlich bedrohlich aus. Ich vermute mal, wir werden noch nass. Jetzt wo die Sonne aufgegangen ist, ist auch 3 Viertel der Crew wieder da. Guten Morgen. Hast du gut geschlafen? Ja, bis sie anfing zu surfen. Da war ein bisschen Wind. Wir hatten 32 Knoten Wind, deswegen sieht die Welle jetzt auch so aus. Wir haben noch 5 Meilen bis Maniiki. Dort hinten kann man es schon sehen. Plötzlich haben wir sogar blauen Himmel über uns. Was hast du gesagt? Noch 5 Meilen bis zur Spitze, dann wird es hoffentlich ruhiger. Ja. Wir umrunden die Nordspitze noch ca. 3 Meilen bis zum Ankerplatz. Maniiki Unsere Suche nach der Moringboje scheint nicht von Erfolg gekrönt zu sein. Michael schnorchelt zum Anker und schaut sich an, ob er gut liegt. Auslassen. 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 Der fällt sehr steil ab. Der fällt mir. Ja. Und der liegt auch nur auf so einem Stein, also hinter so einem Stein. Aber danach gucken wir auf so viele Steine, wo der sich dann festhaken kann. Aber so, dass man es auch wieder hochkriegt. Ja, ja. Es ist auch nicht so schlimm für diese Bobbys oder so. Es sind alles ziemlich flache Steine. Okay. Und? Wasser warm? Äh, super. Also ich würde wieder sagen 29, 30 Grad. Cool. Ganz ganz viele Fische. Herrlich. Landgartenkauf. Maniiki. Wir sind etwas verwundert, weil alles was wir im Internet gefunden haben, stimmt nicht. Jetzt gucken wir mal, was es denn hier überhaupt gibt. Auf jeden Fall gibt es überdachte Gräber. Leider funktioniert auch hier das Wifi nicht. Also Vodafone Hotspot funktioniert nicht. Jetzt werden die beiden, Loh und Annette, zum Hotspot gebracht. Und das, wo die Annette es hasst, Moped zu fahren. Aber für Wifi ist sie mutig. Die liebe Annette hat heute Geburtstag. Ja. Oh. Und wir verraten euch nicht, wie alt sie geworden ist. Ja. Ich kann euch auch verraten, wenn ihr die Gerzen zieht, bringt euch das nicht voran. Genau. Ich hier puste, da ist nichts. Kann ich die Haare verbrennen? Ja. Oh, super. Jetzt haben wir hier einen Räucherofen. Annette, erzähl doch mal, was wir zu deinem Geburtstag machen. Wir gehen jetzt heute Morgen um 9 Uhr in die Kirche. In die katholische Kirche. Wir wissen noch nicht so genau, wo sie ist. Und danach gibt es, weil auch heute gleich Pfingsten ist, Pfingstsonntag, einen gemeinsamen Lunch. Und wir sind sehr gespannt. Gestern wurde uns gesagt, die Kirchzeit beträgt 45 Minuten. Und der gute Mann, der das erzählte, meinte auch, ist ratzfatz erledigt. Also, wir sind gespannt. Wir sind natürlich auch eingeladen. Ach ja, natürlich sind wir eingeladen. Wir sind jetzt eingeladen, heute Morgen und heute Nachmittag nochmal bei dem anderen Gottesdienst. Wir haben die katholische Kirche gefunden. Da geht es jetzt rein. Da haben sie sich hübsch gemacht. Man sieht schon den Unterschied zu Pen Rim. Hier ist alles grün, die Erde ist viel besser. Wir kennen jetzt mittlerweile alle Katholiken. Wir kennen jetzt mittlerweile alle Katholiken. Mit Muschen hat es kein Mut. Das allererste Mal katholischer Gottesdienst zu Ende des Geburtstags. Ja, war sehr interessant. Sehr schön gesungen haben sie. Viel verstanden haben wir eigentlich nicht, weil es doch Maori war. Aber wir wurden speziell begrüßt als Gäste und wurden eingeladen zum anschließenden Essen um 11.30 Uhr. All the way, all these over here, all the way from Taungu. All these are the parishioners of this parish. So we welcome you all to share and celebrate our lunch, celebrating Pentecost Sunday. So you're most welcome to stay here as long as you like, eat as long as you like, sleep over here as long as you like. But overall we want you to enjoy your time with us, all our families here. Papa, you're here and the children here and all my children over here. So Papa will start us with a prayer, with a singing first. So, Papa will start us with a prayer. So, Papa will start us with a prayer, with a singing first. ... ... O kakua mamoia, no te rangi maite, e kini e, a ka oki maite, a ka tau i te ora. O kakua mamoia, no te rangi maite, a ka tau i te ora. O kakua mamoia, no te rangi maite, a ka tau i te ora. O kakua mamoia, no te rangi maite, a ka tau i te rangi maite, a ka tau i te rangi maite, a ka tau i te rangi maite. O kakua mamoia, no te rangi maite, a ka tau i te rangi maite. O kakua mamoia, no te rangi maite, a ka tau i te rangi maite. O kakua mamoia, no te rangi maite, a ka tau i te rangi maite, a ka tau i te rangi maite. O kakua mamoia, a ka tau i te rangi maite, a ka tau i te rangi maite, a ka tau i te rangi maite. O kakua mamoia, a ka tau i te rangi maite, a ka tau i te rangi maite. O kakua mamoia, no te rangi maite. O kakua mamoia, a ka tau i te rangi maite. O kakua mamoia, a ka tau i te rangi maite. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020